1. Adoraus Ti Christe, Venedicimus timi, quia per crucem tuam, rei isti mundum. Quia per crucem tuam, rei isti mundum. Wer glaubt aber dem, was uns verkündet ist? Und an wem ist der Abend des Herrn offenbart? Adoramus te Christel, benedicimus timi, quia per crucem tuam, rei isti mundum. Quia per crucem tuam, rei isti mundum. Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Adoramus te Christel, benedicimus timi, quia per crucem tuam, rei isti mundum. Quia per crucem tuam, rei isti mundum. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er schoss auf vor ihm, quia per crucem tuam, rei isti mundum. Er war der Allerverachtetste und Allerunwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er schoss auf vor ihm, quia per crucem tuam, rei isti mundum. Quia per crucem tuam, rei isti mundum. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Er schoss auf vor ihm, quia per crucem tuam, rei isti mundum. Quia per crucem tuam, rei isti mundum. Fürwahr er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er schoss auf vor ihm, quia per crucem tuam, rei isti mundum. Quia per crucem tuam, rei isti mundum. Wir aber hielten ihn für den, der geplant und von Gott geschlagen und gemacht hat. Er schoss auf vor ihm, quia per crucem tuam, rei isti mundum. Quia per crucem tuam, rei isti mundum. Aber er ist um unserer missentat Willen verwundet und um unsere Sünde Willen zerschlagen. Er schoss auf vor ihm, quia per crucem tuam, rei isti mundum. Quia per crucem tuam, rei isti mundum. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Er schoss auf vor ihm, quia per crucem tuam, rei isti mundum. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Adorabus di Christe, benedizibus divi. Quia per crucem tuam, rei isti mundum. Quia per crucem tuam, rei isti mundum. Untertitelung des ZDF, 2020